Ja hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Gameplay Granthusmo Sport Ranking Modus, Rank CC, ich bin leider gedroppt, aber war nicht so schlimm, wir fanden einfach Jossy fahren. Ja, wenn ihr sonst irgendwelche Videos sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ja, viel Spaß, hoffen wir, dass wir ein gutes Rennen haben. Ah, ich sehe hier schon Spanier, Italiener, naja, halt nicht einfach, wir machen mal hier die Kationskugelrolle an, wir können uns den driften. Uiuiuiuiui, dann geht's los. Ja, das ist so ein Fremdisch-Prempern, für den Diener, wenn wir gucken, dass wir mal so machen. Ich hoffe, ihr wünscht mir Glück und ja, wir starten 8. Position, von 16 Positionen, also Mittelfeld starten wir, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich bin wirklich ein Fremdisch-Prempern, also 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 Ja, wie weh, genau, es ist ein Fliegender Start. Und, kommen wir noch hinter der Kurve raus, oder? Oder müssen wir noch in der Kurve, nein, wir kommen hinter der Kurve raus. Ich habe meinen Italiener vor uns in Porsche. Ich denke, es sind wir noch in der Kurve. Wir kommen, wir werden dann schocken. Wir sind nicht hinweiden. Wir können uns nicht zu spät grenzen. Wir werden die Produktion vermeiden. Wenn wir durch. Wir können hier am Ranking blocken. Ah, fack, fack, fack. Oh, fack, da habe ich verkackt. Wir sind nicht ganz ausgefroren. Nein, nein, die hatten wir Fehler gemacht. Und dann hat er auch die Strafe. Das ist selber nicht für uns. Oh, 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 das ist hier richtig befeiligt. Nein, nein, ja, muss ich sehen, einen Gebetsch. Ich bin da mit Herrn, das ist bereit, einen Gebetsch. Das wollte ich nicht. Ja, hallo, ja, was rammst du mich denn? Ich hab noch Runden. Ist da oben? Ja, okay, wir rammen halt, das ist halt nicht so gut. Ja, das ist ein Schatten. 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 Der spielt auf den Gas. Ah, wir kommen noch hinterher. Ah, verpackt, verpackt. Da habe ich einen 4er gemacht. Jetzt hat er eines gekriegt. Die nächste Stimme jetzt am Leben. Die nächste Stimme jetzt am Leben. Das ist jetzt schon gut. Wir müssen jetzt besser aufpassen. Leider, leider, leider haben wir eine kleine Übergrenzung gemacht. Dann müssen wir noch mal in Rupe nachchecken, wie das jetzt so genau passiert ist. Ach, jetzt ist es gut gekriegt gekommen. Auf jeden Fall bitte eine halbe Sekunde. Wenn wir noch eine Sekunde vorspielen. Aufhackt, nein, das wird wieder ein Schraubebau. Wir müssen hier auf den Gas bleiben. Vielleicht wir saubern. Jetzt kann es noch ein Vorspiel draus haben. Aber das ist schlafen. Ich hoffe, ich finde es schlecht. Aber im Fakt, da brennt es sich immer zu spät. Hier ist es schon immer zu spät. Alles wieder rein. Ja, jetzt haben wir noch eine Sekunde gekriegt. Ich habe noch viel Zeit verloren. Jetzt. Ich habe noch eine Sekunde. Ich habe noch eine Sekunde. Ich werde dir das dann auf die Sekunde. Wir müssen einfach anbauen. Jetzt ist es ja schon. Das kommt schon in unsere Falle Zeitung an. Die Läden überlegt. Die Läden überlegt. Die Läden. Ja. Ja, Zersche, 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 Jersche, 1 und nur 8 schon in dieser Falle. Ach, Gott, er muss nicht sehen, okay? Obwohl, er muss nicht vertreten. Nein, 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 die Gasse, die Gasse. Vertreten, vertreten, weiter. Aber er ist außen, er ist außen. Ja, er muss ja außen fahren. Gott, kein Alze überschritten. Gott, es ist hier runter, weil er nicht gedütscht hat. Oh, nicht scheiße. Gott. einfach aufs Gas Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen was da eine Bustab gemacht hat? Egal das ist ja auch cool Habt ihr gesehen Leute Dieser Jockel hat geblockt noch Anstatt mich da vorbeizulassen Egal egal fünfter Platz Wir haben natürlich das Rating wieder verloren Weil die Behörden irgendwie ran Von hinten ran die eine Dann verliert man SV Habt ihr gesehen SV minus leider Wahrscheinlich Drei Positionen Leider kein Kühlschloss Leider nicht Aber ja Ich hoffe das Race hat euch gefallen Ja Und ähm Ja Bis zum nächsten Video auf jeden Fall Und dann werden wir sehen Ah ne wir sind Wir sind auch vom Ranking weitergegeben Zum Glück Halleluja Ok Na gut Drei Plätze gut gemacht Ja bis zum nächsten Video Dann Bis zum nächsten Mal Bye Apa Drei A A A A A Vielen Dank.